hallo und herzlich willkommen hier bei cry of fear spielt mit euch der makide gaming ja dann wollen wir auch gleich mal durchstarten oder spielen ein neues spiel ich sag mal auf dem video also auf normal ja los geht's meine whole life for as long as i can remember i don't know if i like or if i'm just used to it but i do know this being lonely it does things yeah I feel like shit, bitter and angry all the time, just looks away at you. Andreas Rönnberg, James Meacher, Jordi Bormer, Stig Sitangan und bestimmt noch viele, viele weitere. Nun ja, für alle die unter euch, die es interessiert, Cry of Fear gibt es bei Steam kostenlos. Das ganze informiert auf der Half-Life Engine. Es ist ein kleines Horror-Game. Ich spiele es leider nicht blind, ich habe es schon gesehen. Beziehungsweise habe man reingeschnuppert, also alles kenne ich jetzt auch nicht aus dem Spiel. Ja, Cry of Fear. Eine wundervolle Atmosphäre, stimmige Musik. Musik 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 Help me, somebody. Holy shit. What happened? Ouch. That looks not healthy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, also, ja, was ist gerade passiert? Wir wurden überfahren, wir haben einen Doktor gesehen, scheinbar sind wir in einer Art Gummizelle gesteckt worden Oh mein Gott Ich hasse dich Nothing Tür Tür Leiche Nischt Wieder nischt Oh, oh Ich will da nicht runter Aber ich muss holen Ja, 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 ja Was ist denn hier los? Hallo, wow Okay Ähm, ach ja Und eine Tür Aber ich komm hier nicht durch Ja Noch eine Tür? Nein, da kommen wir ja Ich will da rein Jetzt Sofort Bitte Hallo Ah, okay Na, das war ja wieder tricky Fenster weg Okay 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 Ich hoffe, es ist weg I can't fail Ich kann es verpassen Das war jetzt leider zu schnell Das konnte ich jetzt nicht lesen Ja, für alle die sich das jetzt ansehen Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Ich bin gerade 20 Jahre alt, das verdammte Scheiße Oh, jetzt muss ich mal schnell die Buchse wechseln, glaube ich Woher bin ich? Ja, das möchte ich auch gerne wissen Hey, 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 hey Wie kam ich hier? Ja, frag mich nicht War bestimmt die nette Dame von gerade, die sich dorthin gewacht hat Hm What the fuck, Alter Ganz ehrlich, ich will das nicht spielen Ja, für alle die es nicht wissen Ich werde vom lieben Xenox dazu gezwungen Dieses Spiel zu spielen Ich hoffe, er sieht das jetzt nicht Ich habe ein Messer Ich werde es benutzen Shift gedrückt zum Sprinten, ja, okay Und open Find and go to the padlock Ja, dann werden wir da wohl erstmal nicht durchkommen Oh, Entschuldigung, kleiner Schluck auf Hallo? Ah, okay Hallo? Ja, gut, da sind wir wieder What the fuck, ganz ehrlich, wenn das jetzt schon so losgeht, ne Dann will ich nicht wissen, was hier noch auf mich wartet Alte Scheiße Ich meine, ganz im Ernst Warum? Hallo? 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 Oh, was? Okay Ja, ich bin auf dem... Ahhhh Oh Gott Das Handylicht verbraucht keine Batterien, also das ist ja fast wie Cheaten Steht da gerade was? Scheinbar Scheinbar nicht Was? Ein Löwenkopf Hallo? Nicht sehr gesprächig, der Kumpel Okay What the... Ganz ehrlich, in der Stadt möchte ich nicht wohnen Ich möchte hier nicht mal sein, also ganz ehrlich Ich möchte hier nicht mal sein, also ganz ehrlich Ja, wenn ich nicht so viel rede, liegt es daran, dass ich gerade die Boxel ein bisschen voll habe, ne Oh Gott Von der netten alten Dame gerade eben Die wollte meine Keks offenbar nicht abkaufen Nicht so als Pfadfinder hier Oh Gott Oh, diese Geräuschkollegen Nice Jetzt ist auch noch Halloween, oder was? Warum sind die Straßen eigentlich so? Was ist hier passiert? Oh Nein Nein Apple 54 Okay Apfel 45 Hört sich an wie ein schlechter Chat-Name Noch ein Zettelchen Excelsior Excelsior Ja, das werden wir bestimmt dann da unten in der Tür eingeben müssen, oder Irgendwo anders Da ist wieder der Halloween-Schädel Ach, hier geht's rein Ah Boah, diese Geräuschkollösse Computer Kann man den nutzen? Ja, nice Enter Username und Passwort Kaffee Kaffee Ach Excelsior und Apfel 45 Ich erinnere mich Ähm Okay, was ist denn jetzt was? Ne, ich würde fast sagen Excelsior Würde ich eher als den Namen nehmen und und Apfel 45 als ziemlich blödes Passwort Jeeee Jeeee Jill Ist da gerade eine Tür aufgegangen Jill 4 4 4 3 David Okay, ich muss Zack Oh mein Huh Da steht doch gerade einer Hallo? Weg Einfach weg Okay Überhaupt nicht creepy Irgendwie ein Stalker an der Backe hier Sehr nette Leute übrigens Ganz toll Ne, hier über den Zettel? Was ich denn jetzt hin? Wie bin ich denn hergekommen? Ja, ich erinnere mich Oh Gott Ich glaub so stechen wir etwas schneller zu Oder schneiden Das ist doch so dunkel Ich will weg, ich will weg erstmal hier weg Hier, die Ausdauer ist down Ganz ehrlich, kann man nicht beides in die Hand nehmen? So, Messer und Lampe Das wär mir viel lieber Sag mal Müssen wir hier echt lang? Sind wir hier richtig? Jetzt mal ohne Mist Ah, okay Ah, okay Vier 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 Ich will da nicht rein Ich will da nicht rein Aber ich muss Huh Was war das? Du kannst bis zu drei Gegenstände in Quick Slots legen Ja, das ist ja sehr schön Wie funktioniert denn das? Quick Select Äh Du... Dual Wield? Ah, ne Doch Geil Hallo? Du... Du... ... Du... Dauern und Patsch Ja... Okay, nur ne Kree Nichts Schlimmes weiter nur eine kremen Vielen Dank.